Aber schöne Salve jetzt, komm schon, auf die Pike-Man. Oh mein Gott, sie rennen uns perfekt rein. LOL. Hier weiter das Feuer oben zu halten, schöne Hits. Wir befinden uns im Osten von Europa. Wir gehen über Clausenburg, Leboff, über Warschau, bis nach Königsberg und überall ist die preußische Flagge gehisst, über all diesen Regionen, über all diesen Regional Captions. Denn beim letzten Mal konnten wir Warschau und Leboff erobern und damit eigentlich, muss man sagen, Polen fast schon den Chaos machen, wenn wir auf die politische Karte schauen. Und hier einmal Polen auswählen, die einzigen Nationen, mit denen wir im Krieg sind, übrigens sehen wir nur noch zwei Regionen und das ist hier Minsk und einmal Vilnius, die beiden Städte, beziehungsweise einen Litauen und Weißrussland als Provinzen. Und zumindest mal, was wir hier bei Vilnius sehen, ist, ich sag mal, nicht wenig... Oh, 1200 Range. Oh man. Er ist nicht wenig, aber nicht viel. Und deswegen schicken wir einen Spion hier Richtung Minsk einmal ganz schnell, bitte. Ja, wir werden Polen auf jeden Fall in dieser Runde, oder in dieser Folge besser gesagt, versuchen einmal komplett zu erobern. Und damit, ja, willkommen zurück bei Empire 2 Total War. Guckt euch mal an, was für ein Gebiet wir schon erobert haben. Wenn wir nochmal bei Diplomatie gehen und irgendwann hier negotiateen, wie Power Mighty Wealth ist rich, wir haben so viele Trade Partner, also wirklich abnormal. Also richtig, richtig stark. Wir machen auch. Wenn wir gucken, 6.900 pro Runde, obwohl wir fast... Also 13.500 geben wir für Armeen aus. Wir haben ja zwei Armeen insgesamt. Trade ist einfach mega krass viel. 8.300 durch Trade. Insgesamt 1000 bei Schweden, ja. Unser größter Handelspartner. Dieser Long Term Trading Partner Bonus ist teilweise schon so krass. Also richtig, richtig gut. Wir sind gerade am Ende der Runde, sieht man auch ein bisschen am Geld. Unsere Armee müssen wir nicht mehr auffüllen. Ne, die Armee ist voll. Was haben wir denn hier verloren? Eine Einheit fehlt. Haben wir eine Cavalier-Einheit verloren? Eine Infanterie-Einheit im Kampf und Warschau. Also falls ihr die Folge nicht gesehen habt, ist es auf jeden Fall eine riesige Schlacht. Aber wir legen direkt los mit der nächsten Runde. Wir haben die neue Infrastruktur in Ostpreußen. Agent Discovered. Ja, von den Polen ist mir nicht so wichtig. Das heißt, hier wird die Infrastruktur Upgrade. Wir sind so viel am Constructen. Teilweise. Das ist richtig, richtig gut. 5.000 kostet die Military Academy. Ich will, was für Truppen wir da bekommen können. Schon ziemlich geil. Naja. Alter, was ist das hier? Promotion Principles Doctrine. Professional Army. New Model Bayonet. Okay. Ich will mich nicht zu sehr spoilern. In Galicia. Gut. Workers on Strike. Aber wir haben Exzentrum Text. Wir haben gerade ein minimal kleines Problem gehabt. Denn hier kamen ein paar Rebellen an. Hier in Transylvanien. Die hier. Und ich habe einfach Auto Resolve. Weil ich dachte, come on. Als ob wir das nicht schaffen. Aber sie haben es tatsächlich nicht geschafft. Die gehen mal in die Stadt rein. Oh. Äh. Auto Resolve. Okay. Wird wieder ein Defeat. Schade. Äh. Das heißt, ich brauche hier ein bisschen Armee. Alter, da sind auch Level 5 Einheiten hier. Äh. Die wollte ich eigentlich hier ein bisschen upgraden. Aber ist egal. Wir schicken einfach mal die hier los. Und werden uns den ganzen annehmen. Rekrutieren hier direkt schon neue Milizen. Und werden zu dieser Armee einmal sagen. Bitte voll aufrüsten nochmal. Die ist ja komplett voll. Das, was wir hier brauchen, ist eigentlich Milizen. Und die holen wir uns hier. 1, 2, 3, 4. Und wir schicken 1, 2, 3, 4 schon mal los Richtung Warschau. Und diese ganze Armee geht aber schon mal raus. Und zwar geht in Richtung Vilnius. Weil das wird eine harte Schlacht nochmal sein zu schlagen. Das schaffen sie sogar fast in einer Runde. Aber auch viele Milizen. Also, ja, wir müssen einfach gucken, wie hat es da wirklich gehört. Und damit haben wir auch nur noch 2.800 Goldmünzen. Wir können hier was konstrukten. Die Factory, das brauchen wir nicht unbedingt. Und wir gucken mal ganz kurz. Wir haben ja die Regional Religious School so rum. Und wir haben ja auch schon 15% German. Und die nächste Stadt kommt sogar in 12 Runden schon. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Das hier, das können wir nicht wirklich upgraden. Haben wir sonst irgendwas noch? Hier können wir eigentlich relativ viel upgraden. Aber wir haben die Governor's Residence. Es gibt nämlich auch Military Technology. Und dann wieder nächste Runde. Wir haben zweimal Technologie erweitert. Wir haben, ähm, Cardenced Marching. Also, wir sehen eine Trommel. I guess. Das geht hier wieder so ein bisschen im Drill. Upkeep Cost for All Army. Und die Rufminkost geht ja krass hoch. Dafür kriegen wir mehr, äh, Movement. Und on campaign map und recovery chance. Okay. Und dann haben wir sechs Tanten, haben wir. Gut. Das ist nicht so krass. Jetzt müssen... Ja, unsere Einnahmen sind eingebrochen auf 5800. Irgendwie hat sich das nicht so gelohnt. In Galicien sterben hier ein paar Leute. Ärgerlich. Aber was will man tun? Baracken sind in Warschau fertig. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein paar Leute. Hier sind die... Oh. Die... Ich sag mal, die Elite. Oh, in einer Runde kommt Lablin. Wie geil ist das denn? In fünf Runden sind es hier Memel. In zwölf Runden haben wir hier eine Runde Stettin. Nice. Presse braucht ein bisschen München. Hier gab es nichts mehr, ne? Zagreb haben wir in elf Runden. Hier gibt es nichts mehr. Villages are not growing. Okay. Wir müssen jetzt aber erstmal hier die Provinz zurückerüben. Wo ich mir denke, mit den Einheiten dürfte das dann auch kein Problem sein. Du schließ dich den mal an. Genau. Du brauchst noch ein bisschen. Ich rekrutiere tatsächlich nochmal. Zwei Milizeneheiten mehr. Und schick drei nach Warschau, weil das sind irgendwie nicht ganz so viele. Und wir gucken mal, dass wir jetzt Geld ausgeben. Ähm... Das geht... Diese Minen zu verbessern prägt irgendwie nicht so viel Geld. Gibt so andere ganz gute Boni, aber irgendwie nicht viel Geld. Wir haben gerade eben diesen Furnace gesehen und... Gut, dann werde ich den noch upgraden. Wo war er hier? Weil das gibt gut mehr Geld. 1200 zu 1800. Gibt auch mehr Town Welf pro Runde. 600 Gold. Das ist schon richtig gut. Und damit... Zack. Vilnius. Es sieht knapp aus. Die haben ja auch ganz gute Einheiten. Wir machen erstmal Continuous Siege. Und was ich halt gerne machen würde, weil hier fehlt ja quasi eine Einheit. Ich weiß nicht ganz warum. Können wir... Ja gut, in Brandenburg werden wir dann... Oh. Werden wir dann rekrutieren nochmal Line Infantry. Und dann wieder nächste Runde. Wir haben sogar Philosophie geupgradet. Division of Labor. Gucken wir kurz mal rein. Research. Wir müssen in Philosophie reingehen. Ähm... Das war das hier. Ah, das war vor allem für die Plantagen. Und es gibt sogar Minus Happiness. Aber wir müssen auch gerade ganz kurz gucken wegen... Also Magdeburg, Agest, du kannst es weiter... Separation of Power. Gibt halt immer negative Stimmung. Stock Companies. Wealth General by All Buildings. Ja, das habe ich ja viel lieber als das ganz andere. In einer Runde haben wir Flexible Line Tactics. Das macht wenigstens mal Kosten runter. Für Infanterie. Das wäre mal was. Dann gehen wir hier Explosive Shells lieber. Heidelberg macht weiter. 29 Runden ist einfach... Das dauert zu lange. 29 Runden ist echt eine halbe Ewigkeit. Hier, Paddling Furnace. Es gibt Recruitment Cost for Artillery. Geht runter. Wealth Generated by Industrial Buildings. Das ist richtig gut, weil da haben wir schon einige. Krakau müssen wir tatsächlich reparieren. Die Uni, die ist hier unten. Ja. 2100 sind die Kosten. Wow. Workers' Rights in Poland. Haben wir alles gesehen. Construction Ports. Plywitz ist hier fertig. Wir sind Iron Master. Das ist sehr gut. Und die eine Armee-Einheit. Infantry schicken wir nach oben Richtung Vilnius. War declared. Genua und Frankreich. New Town emerges. Nice, nice, nice. Dublin in Polen. Wie viel ist hier German? Null. Alter, hier kommt sogar nach zwei Schritten in die nächste Stadt. Das heißt, hier kommt wieder die Small Religious School. Wenn wir die irgendwann nicht mehr brauchen und viel deutsche Kultur angekommen ist, können wir einfach, wie zum Beispiel hier auch, das Ganze hier demolischen und ein Industrie-Building reinhauen. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir noch eins in Brandenburg und das finde ich sehr, sehr geil. Wir könnten hier ein Magistrat machen. Regional Wealth. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten für mehr Geld gehen. Köslin wäre die nächste Stadt. Fast 8000 gibt uns hier Brandenburg als Region. Coaching in Schoolwelt nochmal. Aber brauchen wir eigentlich nicht, um echt zu sein. Ich bin sehr stark bei diesem Crafts Workshop, weil das gibt uns auch sehr viel Geld. Magistrat ist auch gut, weil das gibt auch ein bisschen Geld. Gebt Repression, warte mal, plus 2 per, plus 3 Town, äh, plus 3 per Turn to Town Wealth. So, deswegen machen die Crafts Workshops hier rein. Hier upgraden wir weiter, was geht. Da geht nämlich nicht so viel, aber egal. Du bist hier rein, ist noch minus 8. So, die sind alle voll, die Einheiten. Hier können wir auch konstrukten. Das machen wir dann auch. Jetzt gehen wir mit den Einheiten einmal hier hin. Und siegen das Ganze. Und gehen dann wieder in die nächste Runde. Oder greifen wir schon an? Warte mal, ich gehe mal kurz gucken. Okay, Minsk hat eine volle Armee. Die darf nicht ausrücken. Das heißt, wir werden jetzt Vilnius attackieren. Es ist sogar nicht in unseren Favor, weil unsere Einheitengröße kleiner ist. Und wir müssen halt auf diese Pikemen aufpassen. Aber sonst, gut, die Late Musketeers sind nicht schlecht. Die Einheiten haben wir auch. General, 3 Sterne. Wir haben Kurt, Christoph von Schwerin mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sternen. Wir gehen rein. Aber sowas von. Wir können uns die Monster Runner machen. Machen sie nicht, dann let's go. Okay, es geht los. Wir haben unsere Medien hier ein bisschen nach links positioniert. Wir kämpfen nämlich richtig schön auf Vilnius zu. Wir rücken erstmal vor mit den Einheiten. Das ist sehr wichtig. Die Artillerie hat nämlich hier eine viel bessere Position. Wir sind so hier drüben gespawnt quasi. Bei Default. Aber ich glaube, wenn wir von hier angreifen, wäre das viel, viel besser. General haben wir auch. Unser Mann aus Schwerin. Wo ist er? Da ist er. Da sitzt er doch. Sieht ein bisschen scaft aus. Aber, Alter, wie schön so eine ganze Armee zu kämpfen ist. Wir haben ja einen Einladen zu wenig. Muss man ja auch mal bedenken. So, und interestingly, ich spuke halt ein bisschen vor, damit sich die Einheit positionieren können, zieht sich eine Teilzeit Streitkraft zurück. Und sie schießen schon mit Kanonen auf uns. Diesen Old Royal Kenten hier im Jahr 1000 irgendwas Reichweite. Also, das ist echt krass, krass. Also, das ist wirklich extrem viel Reichweite. Und, ja, ich bin echt gespannt, weil die sind noch ein ganzes weit, ganz, ganz gutes Stück weg. Ich will eigentlich nicht in der Stadt kämpfen, weil die so viele Nahkämpfer haben. Das ist der General, ja. Und dann würden wir wirklich ein Problem bekommen, wenn wir da in der Stadt kämpfen. Deswegen, mal gucken. Okay, okay, ich habe die Laden so lange nach. Diese Old Royal Kenten, das ist wirklich abnormal. Ist übrigens ein 64-Pounder. Also, die kann man natürlich rein. Aber ich glaube... Aber ich wollte eigentlich gucken, ob die uns irgendwie treffen. Weil vom Angle her... Eigentlich nicht so wirklich. Da hinten sind wir. Schöner... Ne, das ist noch die Sonne. Schöne Abendsonne. Ne, ne, die treffen hier nichts. Gucken wir noch dich an. Hier links. Ne, die treffen rein gar nichts. Ich versuche mich jetzt ein bisschen hier oben aufzustellen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber wenn es meine Art der da ist, dauert es eh in Ewigkeit. Okay, die Schlachtaufstellung wird jetzt so aussehen. Sie haben sich auch schon ein bisschen zurückgezogen. Wir haben hier diesen super Hügel. Also, ich glaube nicht, dass die Art der hier ankommt, bevor der Timer zu Ende ist für die Schlacht. Oh, schöne Sterne übrigens auch im Himmel. Wow, schaut euch das mal an. Ganz kurz. Da will ich mal reingehen. Wir sehen hier eine riesige Kolonne von preußischen Soldaten, die unter dem Sternenzelt marschieren. Okay, interesting. Aber so ist die Schlachtaufstellung. Wir brauchen ein bisschen. Unser General verweilt hier so ein bisschen hinter einem Hügel. Zur Sicherheit unsere Kavaleries hier so ein bisschen in den Bäumen positioniert. Und ja, wie gesagt, sie haben sich umgestellt. Bis auf die Artillerie, die steht hier noch. Aber bis jetzt haben wir hier nicht ein Mantel durch verloren. Weil der Engel einfach, ich sag mal, bescheiden ist. Also, die können hier quasi nichts treffen. Ja, die Schlachtaufstellung sieht mal ein bisschen anders aus. Die Royal Kennets schießt halt immer noch in den Berg rein. Wir schicken nur ein Teil unserer Armee hier nach oben auf den Hügel, um hier links und rechts dann hier runter zu marschieren. Denn sie haben sich hier so ein bisschen aufgestellt auf der linken Flanke von Inos gesehen. Und da musste ich natürlich meine Rechte ein bisschen beschützen. Hab da also die zweite, ich sag mal, Brigade meiner Armee, ja, hier zur Verfügung gestellt, um die rechte Flanke zu sichern. Und bald, I swear, bald ist die Artillerie auch da. Und by the way, danke für den Hinweis, dass ich hier immer den Guard-Mode aktiviert haben soll, damit die Truppen quasi, auch wenn der Gegner flieht, nicht die Formation verlassen. Danke dafür. So, langsam haben wir auch die Artillerie endlich mal die Position erreicht. Alle, die quälen sich wirklich hier den Berg hoch. Ihr müsst überlegen, fast eine halbe Ingame-Stunde ist schon erreicht. Ich mach natürlich hier, ne, auf Fast Forward, aber ey, warum dauert das lange, bis die hier oben sind? Aber warum unnötige Verluste machen? Okay, die Artillerie ist angekommen. Es geht los. Ich stell nochmal meine Truppen hier neu auf. Let's go. So, und jetzt dürften sich auch, genau, unsere Feinde direkt in Bewegung versetzen. Denn jetzt... Alter, ist das krass. Guckt euch das an. Vier Artillerie-Batterien haben perfektes Schussfeld auf unsere Feinde. Wir gehen mal kurz aus deren Sicht gucken. Da oben sind wir positioniert. Wir versuchen hier, I guess, Richtung Stadt zu entkommen. Und die ersten Kugeln fliegen auch schon. Die sollen wir hier nicht auf die Artillerie schießen, auch wenn die gut getroffen haben. Oh, schöne erste Schüsse. Schießt mal hier drauf. Vor allen Dingen, die Reload-Hub ist ja gut, aber ich glaube, ich muss die rechte Flanke verstärken von uns. Äh, sonst wird das nicht so gut. Sonst wird das wirklich nicht so gut. Ja, jetzt ziehen sie echt ein bisschen in die Stadt zurück. Das wollte ich eigentlich verhindern. Okay, okay. Okay, ich hab eine Idee. Wir gehen schon mal hier runter. Die Artillerie schießt weiter einfach drauf, was es treffen kann. Und, äh, unsere Einheiten hier. Auf geht's. Unsere Einheiten rennen hier auch schon mal nach unten. Ich hoffe, sie kommen... Ich mach mal kurz Stopp. Von meiner Artillerie. Bis unsere Einheiten hier in Position sind. Ist natürlich jetzt nicht perfekt, aber es ist in Ordnung. Aber ich kann nicht riskieren, hier so viel Friendly Fire zu kassieren. Oh, guck mal hier ist sogar eine kleine Grabstätte. Ja, die ziehen sich... Alter. Ich weiß nicht, ob das einfach normal Empire Total War 2 KI ist. Aber, oh mein Gott, ist das schlau. Wir haben eine perfekte Artillerie-Position eingenommen. Und die sagen einfach, ja, okay. Wisst ihr was? Dann gehen wir einfach. I mean, okay. Hier, weiter reinschießen. Die Artillerie von denen haben wir jetzt schon echt krass dezidiert teilweise. Schöne Hits. Alter. Da. Richtig gut. Haben ganz gut Schaden gemacht. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Ich lass die wieder aufbrossen. Tatsächlich. Ich stell die dann lieber hier hin. Die helfen mir nicht so viel. In der Schlacht... In der Stadt. Wisst ihr? Die Artillerie da oben. Aber schöne Salve jetzt. Komm schon. Auf die Pikeman. Oh mein Gott. Also. Und da die nächsten... Also, man muss schon sagen. Diese Upgrades, die ich bekommen habe durch die Technologie, ist ja mega krass. Okay. Artillerie neu positionieren. Zack. Let's go. Daut ein bisschen. Aber so ist es. Okay. Ich muss hier ein bisschen zurückziehen. Da kommen... Die positionieren sich wieder anders. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So. Mal gucken. Komm. Schöne Salve. Salve. 144 Mann. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Hier wieder haben wir auch das Feuer. Was haben die denn hier für eine Einheit? Ah, das sind Giannis Haaren. Sehr schön. Hier links müssen wir jetzt echt ein bisschen gucken. Ah. Die Artillerie schießt natürlich jetzt sehr, sehr gut. Aber ich glaube, sie hat noch nicht getroffen so richtig. Nee, noch nicht. Oh. Schöne Hits. Wir dürfen sie nicht schießen lassen eigentlich. Schön, 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 schön. Ja, nice. Perfekt. Die Artillerie flieht. Genauso soll es sein. Genauso soll es sein. Wir feuern hier weiter. Wieviel Mann haben wir noch? 162. Ihr feuert mit allem, was ihr habt hier drauf. Ihr haltet dagegen. Sehr gut. Hier, die linke Seite tut echt ein bisschen weh. Euch stelle ich ein bisschen um. Dass ihr euch besser unterstützt gegenseitig. Euch stelle ich näher ran. Let's go. Ihr beiden macht nämlich quasi auch gerade gar nichts. Deswegen euch stelle ich so um. Let's go. Ihr geht auch noch vorne. Und du auch. Let's go. Und zwar schnell marschieren, bitte. Oh. Die Pipemen wollen flankieren. Wir müssen uns hier zurückziehen. Let's go. Zurück, zurück. Ganz schnell zurück, bitte. Ich weiß nicht, ob das geht. Schnell. Renn weg, renn weg. Da kommen die Pipemen. Oh Gott. Wo ist mein Cavalry? Kommt. Ne, in die Stadt. Schnell. Die müssen sich umdrehen und auf die Pipemen schießen. Kommt schon, kommt schon. Schießt auf die Pipemen. Ah, ne. Okay, ich fährt gechargt. Schade. Okay, das haben wir schön positioniert. Hier links wurden wir leider gechargt. Aber ich hoffe mal, das schaffen die. Ihr schießt einfach. Scheiß drauf. Oh, ich muss dich ein bisschen umpositionieren. Ja, die werden komplett verschossen. Richtig gut. Nein, die Einheit fliegt leider. Ihr müsst euch dann jetzt komplett umdrehen. Die Cavalry charge einfach mal in die Pipemen. Ich hoffe, die schaffen das. Ah, nein. Sie stellen sich noch rechtzeitig auf. Aber wir sollten trotzdem ganz gut Schaden machen. Dann stellt ihr euch gerade wieder so hin. Ein bisschen seitlich. Let's go. Hier fliehen ein, zwei Einheiten. Sehr schön. Hier wieder gerade aufstellen. Wie sieht es hier aus? Nicht ganz so gut. Die Seite ist komplett überladen. Wir brauchen hier unbedingt mal Einheiten. Let's go. Wie schlägt sich meine Cavalry? Sehr, sehr schlecht. Die muss ich jetzt hier eigentlich zurückziehen, um ehrlich zu sein. Aber unsere Einheiten müssen sich ja auch komplett zurückziehen. Leider, leider. Ihr geht mal dazu. Let's go. Ja, die Pipemen, da hat meine Cavalry gerade keine Chance. Okay, die konnten wir zurückschlagen hier. Dann positioniert ihr euch neu. Let's go. Alter, was ein Massencharge. Alter, ist das krass hier. Ihr feuert hier rein. Ihr feuert hier rein. Let's go. Hier gibt es leider einen Charge wieder gegen uns. Komm, wir counter-chargen. Und schicken dich so hier hin zum Schießen. Und rücken dafür mit dir vor. Wir wurden schon wieder gecharged, ey. Aber ihr helft jetzt mal. Hm, was haben wir hier? Blade Maskett. Ich hab halt gerade ein bisschen Angst wegen diesen Verteidigungsanlagen. Das könnte echt wehtun halt, wenn wir da reinchargen mit der Cavalry. So, hier ein schöner, schöner, schöner Volley. 103 Mann sind's. Und jetzt nur noch 78. Sehr schön. Hier haben wir sehr, sehr gut reagiert. Perfekt. Ihr stellt euch wieder neu auf ein bisschen. Das gleiche gilt für euch. Let's go. Ein bisschen breiter. Oder ein bisschen weiter. Möchtest sein. So, ihr... Euch brauche ich gar nicht mehr auf der Seite. Alter, wie viele hier fliehen. Wo ist meine Cavalry? Ihr verfolgt die mal. Invalid Garrison Regiment. Haben wir alle schon in die Flucht geschlagen. Ja, nice. Ihr verfolgt die so ein bisschen. Das gleiche gilt für euch. Ihr versucht auch mal so ein bisschen zu verfolgen. Ihr schießt alle hier drauf, bitte. Und jetzt unsere Cavalry soll die mal verfolgen. Möglichst viele Kills noch machen. Ähm... Ich glaube, die sind... Ich weiß gar nicht, warum so viele Kavalleristen gestorben sind. Kann sein, dass die hier gegen gerannt sind. Oh ja, okay. Ja, ich bin... Einmal mit denen dagegen gerannt. Okay. Das ist natürlich my bad. Das ist natürlich komplett my bad. Okay, wir positionieren uns neu. Denn es kommen einige Einheiten wieder. Let's go. Auch ihr positioniert sich komplett neu. Wir haben einige Verluste gemacht, leider. Unsere Artillerie wäre jetzt ready. Nice. Ein bisschen spät. Aber ist okay. Wir verfolgen weiterhin die fliehenden Einheiten. Geht mal auf die da hinten. Schnell neu aufstellen. Ja. Ihr bleibt schon stehen. Ihr bleibt schon stehen. Besser wird's nicht. Und die Einheiten hier drüben müssen ein bisschen mehr closen. Let's go. Die werden hier nämlich komplett gecharged. Aber wir können es leider nicht verhindern. Oh, das wäre perfekt. Schieß, bitte. Schieß, bitte. Nein, schießen. Nicht in den Nahkampf gehen. Kommt schon. 133 Mann. Nice. 112. 111. Sehr schön. Unsere Artillerie versucht hier das Feuer zu öffnen. So gut wie es eben geht. Die fliehen schon wieder. Sehr schön. Hier haben wir nochmal Pikemen, die chargen wollen. An denen hier zwei Einheiten. Die werden keine Chance haben. Nee, werden sie auch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Invalid Garrison Regiment. Neu aufstellen, bitte. Die sind da gerade wiedergekommen. Wo ist unsere Kavalerie? Gehst da hinten. Warte mal. Wo bist du hier? Zack. Dann gehst du wieder gegen die Late Guard Musketiers. Beziehungsweise hier haben wir noch 74 Mann. Wir können mal hier hinterher. Kommt, ist nur noch eine Einheit. Wir machen mal schnell. Wenn das dürfte gewesen sein. Die werden auch hier komplett zerschlossen werden. Am Ende haben wir nur 530 Verluste bekommen. Auf 3.300. Ist das krass. Wer hat die meisten Kills? Die Line Infantry. So extrem. Atelier konnte leider nicht so sehr glänzen. Aber gibt's. Was müssen wir machen? Damit haben wir Vilnius erobert. Gucken wir mal, was wir reparieren können. Wait. Ah, Governor's Residence ist das. Royal Observatory ist natürlich wieder ein nice. Weil es gibt hier Happiness und Technology Raid. Und ein Gentleman. Potenziell. Klar, die Armee muss jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannen. Bis wir auf Minsk vorrücken können. Schaut euch das mal an. Schweden will eine Militärallianz. Und die sind Power terrifying und Well Spectacular. Die sind reicher und stärker als wir. Dafür geben sie uns Military Access. Gut juckt. Und wollen nur 230 Dukaten. Wir haben, oder, Gold. Also, easy accept. Also, easy accept. Holy shit. Mega safe. Das ist einfach die stärkste Allianz jemals. Holy shit. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Guck mal, wir haben so viele Einheiten, die richtig krass sind. Gegen so gut eine Elite Infantry. Und der Rest ist Pikemen. Okay, die haben zweimal Elite Infantry. Aber der Rest ist Pikemen. Bro, wir gewinnen die Schlacht doch so easy. I guess ich muss das spielen. Eigentlich würde ich sie gerne auto-resorven. Ich habe sie auto-resorven. Und wir haben tatsächlich gewonnen. Wir haben aber gerade einen neuen Spielgrund bekommen. Also, ich habe sie wirklich auto-resorven. So, ihr geht dazu. Okay, könnt ihr nicht ganz. Ist nicht schlimm. Weil jetzt können wir trotzdem auto-resorven. Und damit haben wir Klausenburg wieder obert. Easy peasy, sage ich dazu. Müssen das kurz erneuern. Und die Armee einmal bitte auch. Die Einheiten bitte auch. Dich und dich. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Damit haben wir Transsilvanien wieder obert. Flexible Line Tactics haben wir. Drill School in East Prussia. Workers on Strike. Ja, das kennen wir alles. Das ist alles. Wie wir es erwarten können. Kurz nochmal mit Research. Heidelberg macht einfach weiter mit Fire and Advance. LoL. Enables Line Infantry Fire and Advance Drill. Hört sich sehr, sehr cool an. Und Training Level für Infantry Units. Auch sehr, sehr stark. Dann haben wir Rebellion in Polen. Aber wir haben hier eigentlich genug, ne? Hätte ich gesagt, um das abzuwehren. Wobei, uh, 3-Pounder-Polish. Early-Polish Line Infantry. Die haben langsam auch deutlich bessere Einheiten tatsächlich. Und was haben wir hier? Agent Recruited. Okay. Dann wieder nächste Runde. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen aufbauen. Tatsächlich. Wir haben so viele Regionen, Robert. Wie sieht es aus? Eine Runde. Wie viel German haben wir hier? 18%. Und wir müssen tatsächlich Warschau verteidigen. Mit unseren Milizeneinheiten. Und das sind halt echt starke Einheiten. Wir gehen auf jeden Fall rein in den Kampf. Wir haben keine andere Wahl, um echt zu sein. Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen hinter Warschau verzogen. Und haben uns so ein bisschen hier diesen Jügel zu nutzen gemacht. Uns sind natürlich unsere Trenches. Und hoffen einfach, dass wir den Ansturm der polnischen Einheiten überleben können. Die haben sehr gute Line Infantry. Die haben Field Artillery. 3-Pounder. Die sind halt ziemlich gut. Und National Cavalry. Die sehr, sehr cool aussieht, by the way. Boah. Ich sage ehrlich, das wird hart. Weil die haben die bessere Infanterie. Und... Na gut, wir haben halt zwei Einheiten mehr so. Aber wir können es natürlich schaffen. Gerade zum Beispiel die Cavalier-Einheit ist deutlich schneller bei uns als die Reste der Armee. Die Artillerie kann eigentlich nicht viel machen. Wenn wir es schaffen, die Cavalier auszuschalten, wäre das so huge. Mal gucken, was sie macht. Weil sie ist doch gleich schon in Reichweite eigentlich. Also 100%, ja. Sie ist in Reichweite. Super Hits. Oh mein Gott, okay. Gut, das waren zwei komplette Einheiten, die da drauf geschossen haben. Und jetzt hier die Einheit. Schön, schön, schön. Sie rennen uns perfekt rein. Wait, what? Das ist gerade passiert. Also, wir haben die komplett zerstört. Unsere Militseinheiten sind ja durch unsere Technologie-Advances viel besser geworden. Holy shit. Zweite Sache. War das einfach nur, weil die Cavalier von links nach rechts angelaufen kam? So, hier rüber war der ganze Rauch. Dass unsere Einheiten so von links nach rechts geschossen haben? Oder war das irgendwie eine Technologie, die wir haben? Mal gucken. Wenn die Gegnerchen Einheiten wiederkommen. Also die nächsten. Okay, wir gucken, wir gucken, ob wir wieder... Nee, okay. Gut, ein paar Hits haben wir geschafft. Wir haben nicht von links nach rechts so geschossen. Das war wirklich nur, weil die Cavalier so gelaufen ist. Wir sehen, viele Schüsse gehen hier so ein bisschen in den Berg hinein. Wir haben aber schon 20 Mann erledigt. Das ist gar nicht so schlecht. Wo haben die Verluste erlitten? Hier. Vier Mann. Aber die stehen gut an den Trenches. Aber das ist halt schlecht. So zwei Einheiten schießen zum Beispiel gerade gar nicht. Soll ich vorrücken mit denen? Ich glaube schon, oder? Ich rück mit denen raus. Ich rück mit denen raus aus den Trenches. Einfach, damit die auch schießen. Und nicht nichts tun. 190 Mann. Wir gehen über die Trenches. Und uns an Einheiten. Ich hoffe, dass keine Fehlentscheidung geht. Wir gehen mal ein bisschen zurück, aber... Wir schießen weiter. Sehr, sehr gut. Krass. Ach du meine Güte, ey. Einfach ein Trench-Battle. Krass. Wir wischen sie richtig gut. Also, oh mein Gott, sind unsere Milizen krass viel besser als... Ich erhofft hatte. Wirklich viel besser als ich es erhofft hatte. Die sind ja so gut gerade. Okay, sie haben sich gedreht zu uns hin. Das ist natürlich nicht unbedingt perfekt. Aber naja. Wir schießen ja mal weiter und hoffen... ...dass wir sie in die Flucht geschlagen bekommen. Kommt schon, kommt schon. Bewegt euch. 167 Mann. Let's go. Ihr schießt bitte. Mit allem, was ihr habt. Auf diese Einheit. Damit wir sie in die Flucht schlagen können. 184 Mann. Wir müssen gerade noch nachladen. 135. Die fängt schon langsam an zu wavern. Einen haben wir leider ein paar Verluste gemacht. Wow. Ich weiß nicht, wo die hinrennen. Aber jetzt, die holen sich in eine bessere Position. Ganz gut. Boah, schön. Ihr feuert jetzt mal gegen den General. Weil das ist natürlich auch nice. Ich denke, wir schaffen das. Holy shit, sind unsere Milizen viel besser als ich gedacht hätte. Gut, das letzte Mal... Boah. Der wurde gerade weggesnipet, der Arme. Das letzte Mal, als ich mit den Milizen gekämpft habe. Ist auch schon lange her. Seitdem haben wir viel mehr Militärtechnologie. Leute, dreht euch doch. Ah, da sind noch zwei Leute, die brauchen. I see you. Jetzt feuert auf diesen General. Bitte. Kommt schon. Trefft doch auch was. Schöne Hits. Sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Wir rücken weiter vor. Auch die gehen jetzt über die Trenches. Let's go. Ja, ihr hört auf zu schießen. Sonst töten wir uns nur selber. Als ob meine Einheiten geflohen sind. Bro, das sind 200 Mann. Und der General ist gechargt mit vier Einheiten. Und die fliehen. Wen wollt ihr eigentlich... Okay, Annie General Killed. Perfekt. Aber wen wollt ihr eigentlich verarschen? Als ob meine Einheiten da fliehen. Klar, die haben wenig Moral. Aber das sind 200 Mann gegen zwei Einheiten. Leute. Okay, okay. Wir halten Stand. Zack. Ja. Zu dem Sieg. Richtig schön. Und jetzt machen wir den hier. Jetzt machen wir den hier und rücken richtig vor. Die bleiben an den Trenches. So, da sind sie wieder. Ich habe mich auch sehr gewundert, wenn die jetzt wirklich einfach geflohen wären. Ihr bleibt aber hier oben. Let's go. Let's go. Wir rücken vor. Sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir können es sogar schnell machen. Aber ich gucke auf jeden Fall noch richtig zu. Aber 98 Mann. Jetzt nochmal hier. 94. 113. Ihr schießt. Ihr rückt auch vor, bitte. Damit ihr in Reichweite seid. Die haben halt ein bisschen mehr Reichweite als wir. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber doch, es fliehen alle schon von denen. Die sind zurückgekommen tatsächlich. Ihr dreht euch. Ehe, ihr geht nach vorne. Let's go. Let's go. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die sind ja auch zurückgekommen. Ihr dreht. Ah, ihr fliegt doch. Okay. Let's go. Let's go. Ihr schließt euch hier links mal an. Was ihr vorrückt. Die fliehen auch. Zumindest gleich hoffentlich. 123. 110. 111. Let's go. Die Einheit schieße ich los. Die sollen die Art of the Dreamer chargen. Und die Einheiten gehen hier einzeln hinterher. Oder auch zu zweit als Team. Die beiden Einheiten verfolgen hier auch. Wo sind die Einheiten, die ich zum Chargen geschickt habe? Gegen die Artillerie. Bist das du? Ja. Du bist das. Die Artillerie wird jetzt auch nicht... Die Artillerie fliegt sogar so ein bisschen. Und damit haben wir Warschau verteidigt. Wow, war unsere Milit stark. Also wirklich. Wirklich. Einfach nur wow. Die waren richtig gut. Richtig, richtig gut. So. Die wollen tatsächlich noch einmal schießen. Aber wir kommen schon ums Eck. Um... Oh. Oh. Wohin rennen die denn? Die haben sogar noch mal richtig Schaden genommen. Weil die ein bisschen komisch gerannt sind. Aber... Nein, gut. Nein, sie fliehen sogar. Egal. End battle. Easy victory. So, das war es aber noch nicht für diese Folge. Denn ich glaube, wir machen eine Doppelfolge raus, damit wir Polen vernichten in dieser Folge. Ja, so werde ich es machen. So werde ich es machen. Also wir sind noch... Wir sind noch weit nicht am Ende. Ich hoffe, euch macht so Bock wie mir. Als nächstes werden wir gegen Polen gehen müssen. Definit, definitiv. Lwov. Warschau. Vilnius. Und heute noch Minsk. Und dann haben wir Polen von der Karte gestrichen. Und sind mit niemandem mehr im Krieg. Polen sind die einzigen Feinde. In der letzten Folge... Ich wollte gerade sagen, in der letzten Runde... Haben wir aber einen Verbündeten dazu bekommen. Die wahrscheinlich stärkste Nation auf dem Planeten. Schweden. Einfach uns Verbündeten. Die haben hier eigentlich fast alle russischen Provinzen erobert. Sind auch noch im Krieg mit Dänemark. Ah, I guess die haben noch Eastland. Okay. Wir haben ein ordentliches Geldproblem an der Angel... Wobei, okay, 7000 klingt jetzt sogar voll in Ordnung. Townwatch fast 2000. Nichtsdestotrotz müssen wir direkt in die nächste Runde gehen. In Vilnius haben wir unsere Hauptarmee stationiert. Der sogar noch in Einheit fehlt. Und unsere zweite Armee, sag ich mal... Die ist jetzt gerade erst wieder auf dem Weg zurück. Die hat nämlich Klausenburg zurückgebaut. Und da ist es mir aufgefallen. Moldawische Rebellen. Die könnten wir eigentlich... Äh, mit dieser Armee hier... Äh, vernichten. Und können wir hier schon... Milizen bauen. Ne, noch nicht. Dann müssen wir das alles in der nächsten Runde tun. Also, Yassir Oban und Minsk. Ich habe jetzt diese beiden Folgen zusammen gemacht. Eigentlich wären es zwei gewesen. Aber ich mag mehr Progres machen, damit das Projekt nicht noch 50 Jahre lang geht. Ähm... Oh, wie schön das hier ist. Also, die gehen direkt in die nächste Runde. Und wir haben jetzt einen Handelsdeal mit Österreich. Fibel und Destitute? Ich weiß nicht genau. Ähm... Ich frage mich aber, wo existiert Österreich? Ah, Österreich existiert noch in Bulgarien. Wir haben eine Technologie im Bereich Schifffahrt abgeschlossen. Und wir wurden auch ein bisschen von den Polen geradet in Warschau. Hier unsere... Religious School. Oh ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Ähm... Aber gehen wir kurz in die Research rein. Weil das... Dauert hier 24 Runden. Das ist schon heftig. Aber I guess wir machen es. Oder haben wir irgendwas, was schneller geht? 19 Runden. Ich glaube, das würde ich dann... Eher machen wollen. Ja, machen wir hier... Seed Planting Drill. Kosten für Buildings gehen runter. Und die sind ja recht teuer. Die Gebäude... Baracken in US-Prussia. Rebellion in Galicien. Oh Gott, wir brauchen hier echt... Starke Armee. Und... Recruitment in Transsilvanien haben wir dreimal. Wie sieht es hier aus? Die Armee, die ist voll. Haben wir dreimal Milizen. Die gehen wir da dazu, bitte. Äh... Du gehst genauso da dazu, bitte. Bis dann dahin. Wie sieht es hier aus? Exempel von Texas. Wenn wir nicht exempten... Wie viel Geld geben der... Gibt es denn? 1.800. Das nehmen wir schon an. Ähm... Das Geld... Rekrutieren die aber 1, 2, 3, 4, 5, 6... Denn damit wir hier in Lwov dann auch noch einschreiten können... Diese Armee... Na gut, die bleibt jetzt erstmal noch da. Die kommt erstmal gleich dazu gegen die Rebellen. Oh, ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Das wäre so ärgerlich. Aber na gut, kann man jetzt gerade nichts machen. Die Armee ist noch nicht bereit. Wir haben jetzt diese eine Extra-Einheit dort. Recruitment. Können wir noch keine Milizen. Holen wir uns mal hier... Ah, das sind ja schon... Ah, Superior-Line-Fatuvia-Kras. 90-Range. 40-Accuracy, aber... Ich hätte gerne erstmal Milizen. 4 Stück. Und macht deswegen Armee. Diese 4 gehen nach... Vilnius. Ja, in der nächsten Runde. Und dann können wir Minsk auch bald erobern. Wir gehen mal rein mit dem Spion. Können wir infiltrieren. Und er wurde exekutiert. Schade. Haben wir nicht sonst noch irgendwo... Hier ist noch einer. Dann gehst du mal hier ein bisschen Richtung Norden. Oh, wir haben hier einen Gentleman. Was macht er denn hier? Ja, geh du mal... Ja, geh du mal nach... Wismar ist das. Naja. Interesting. Warum haben wir da noch einen Gentleman gehabt? Keine Ahnung. So. Das bleibt, I guess, hier einfach. Armee. Ja, hier haben wir einfach genug. Hauptsache, wir haben genug Einheiten. Hier. Bracken bauen. Upgraden. Wie sieht's denn hier aus? Ja, machen wir hier auch wieder die... Small Religious School rein. Ansonsten können wir uns, glaube ich, hier auch gar nichts leisten. Hier gerade. Die Farms sind schon geupgradet. Ich glaube, dann gibt's hier gar nicht mehr so viel zu tun. Machen wir einfach noch die Ordnance Factory. So, wir haben direkt den neuen Spion bekommen. Agenten, dich hier. Und du gehst mal Richtung Norditalien. Und ist ja richtig viel passiert. In Transsilvanien und East Prussia haben wir die ganzen... Transsilvanien ist super. Wie sehen da die Leute aus? Sogar ganz okay. Infrastruktur könnten wir auch mal gucken, zu verbessern. Aber erst mal so ein bisschen im Inland. Es gibt nicht so viele. Hier haben wir schon überall, ne? Machen wir mal Prag. Nee, eigentlich München müssen wir mal. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Die haben nichts angegriffen. Die stecken wir hier hin. Und du kriegst Verstärkung. Von denen hier. Und attackierst dann nächste Runde. Ich hoffe, die laufen nicht einfach so an uns vorbei. Das wäre natürlich richtig bitter. Genau. Machen wir hier noch eine vierte. Nee, die vierte brauchen wir eigentlich nicht. Wir schicken die drei hier hin. Recruitment. Ja, du kannst weg. Weg. Armee. Drei Einheiten. Ja, das sollte reichen. Das sollte alles passen. Exempt from Texas. Machen wir dann jetzt auch erstmal weg. Ne? Sehr klar. Hier. Ja, lassen wir es nochmal drin. Building, Governance Management, West Prussia. Das ist alles in Ordnung. Ja, wir werden ein bisschen geradet. Das ist alles, alles. Kein Problem. Die United Provinces sind tot. Frankreich hat Amsterdam erobert. Tatsächlich. Tatsächlich. Bitter. Frankreich wird auch immer stärker. Memel haben wir in East Prussia. Sehr, sehr geil. Das wird ein neuer Hafen. Muss es werden. Tradingport. Shipyard. Oder Local Fishery. Population Growth. Lower Classes. Aber ich meine, die sind ja alle sehr positiv. Wir machen einfach einen Tradingport wieder. Finde ich immer sehr gut. Und die Armee in Vilnius ist ja eigentlich schon ready jetzt, ne? Ja. Die Armee in Vilnius ist... Ah, nee. Ein Einheit ist nicht ganz ready. Egal. Wir gehen jetzt trotzdem los. Äh, wir verb... Ah, wir können es nicht. 820. Egal. Wir schicken die Garnision hier rein. Und dann... Wie kann ich euch dienen? Ah, der Gentleman ist noch unterwegs nach Wismar. Und dann gehen wir jetzt direkt rein. In dieser Armee. Zack. Äh, demand surrender. Machen sie nicht. Die haben hier ganz gute Einheiten. Gerade wieder dieses Garrison. Line of Tree ist ziemlich gut. Die haben auch viele Pikemen mal wieder. Kurassiere haben sie. Lanzen-Kavalerie. Wir machen erstmal Continue Siege. Die haben hier noch nämlich... Oh. Die haben hier noch ein paar extra Einheiten. Wir haben einen neuen Gentleman in Brandenburg. Der geht mal nach Heidelberg. Von mir aus. Es ist was richtig Dummes passiert, denn die konnten wirklich einfach an uns vorbeilaufen. Die könnten einfach an uns vorbeilaufen. Ich mache ja Auto-Resolve, weil das werden wir sowieso gewinnen. Aber als ob die einfach an uns vorbeilaufen durften. Oh Mann. Wir gehen jetzt Richtung Moldawien mit dem. Und du gehst hier hin. Zack. Rein da. Als ob die einfach an uns vorbeilaufen durften. Ey. Ist das ärgerlich. Vilnius. Möchtest du noch hier verbessern? My Region Capture ist dann jetzt echt kein Ding. Transylvanien hat nochmal neue... Schicken wir einen noch rüber. Dann Trade Gain. Ist alles okay. Den haben wir schon gesehen. European Census. Moldawien ist keine... LOL. Das sind ganz andere. Das sind jetzt glaube ich schon muslimische oder orientalische Gebäude, die wir hier sehen. Eigentlich ganz cool. Diese Polen müssen wir auch noch irgendwann mal vertreiben. Aber alles mit der Zeit, ne? Alles mit der Zeit. Ich baue jetzt in diese Admiralität in Österreich. In Wien bringt ja sonst nichts. Hier sind noch viele Universitäten. Bologna, La Spieca, Verona. Interesting. Sehr interesting. Und wir spielen die erste Schlacht gegen David Sinchukova. Leopold von Anhalt-Dessau mit seiner Armee. Hier fehlt eine Kavalierinheit. Kann das sein? Ein bisschen angeschlagen, die Armee. Wir machen erstmal Surrender. Wollen sie nicht. Für Moldawien. Let's go. Okay, es geht los. Unsere Kanonen können schon gleich schießen. Ich schieße die Kavalierinheit mal zur Seite. Das ist die feindliche Armee. Die sogar vorrückt. Ich habe bei unseren Kanonen gesagt, noch warten. So, wenn alle bereit sind, die Kavalerie aus dem Weg ist. Wir rücken hier seitlich auf der Flanke mit unserer Infanterie vor. Gucken wir mal. Die Kavalerie. 210 Mann. 225. Gehen wir mal auf diese Militia. Und mal gucken, wie das aussieht aus deren Perspektive. Die Kanonen dürften direkt schon feuern. Das war nur ein Schuss. Jetzt kommen die nächsten... Oh mein Gott. Alter. Okay, das war einmal komplett... Okay, die Kavalerie wird komplett erwischt an der Stelle. Sehr interessant. Unsere Infanterie muss mal vorrücken. Ihr schießt hier weiter drauf, bitte. Wir werden sich unsere Einheiten bereithalten. Gut, unsere Kavalerie muss nicht chargen. Die fliehen schon. So, ihr guckt es hier weiter. Da kommen schon die nächsten Schüsse. Ich versuche mal hier drauf zu gehen vielleicht. Schön, schön. Ah, ist vom Engel her nicht so einfach. Macht trotzdem, dass ich einige sogar getroffen. So, die beiden hier links. Die schießen hier drauf. Und ihr beide schießt dort drauf. Unsere Infanterie ist auch schon Reichweite. Erste Salbe. Zerstört die feindliche Kavalerie komplett. Die dürfte nicht mehr chargen. Die dürfte eigentlich direkt fliehen. Die Late Masketeers auch einmal. Schöne Salbe, bitte. Sehr gut, sehr gut. Ähm. Die kann eigentlich schon einen Canister-Shot machen. Garrison Guards. Ihr müsst hier hin, schnell. Kommt schon, kommt schon. Nice, die fliehen schon. Okay. Kommt schon, Canister-Shot. Bringt sie um. Oh, oh. Nein, ich will nicht meine Artillerie verlieren. Wo ist meine Kavalerie? Charge von hinten rein. Ja, nice. Okay. Charge nicht rein. Charge nicht rein. Ja, okay. Das war's, das war's. Okay, Canister-Shot geht weg. Ihr schießt vielleicht eher nach da hinten. Ihr könnt die Packmen schon chargen. So, die sind eigentlich schon im Guard-Mode. Ja, Tatsache. Die beiden. Jetzt geht auch so ein bisschen nach hinten. Ne, Reserve-Units. Wie man es leibt und lebt. Ich muss hier mal ein bisschen mehr aufpassen. Ihr geht nämlich hier den Berg hoch so ein bisschen. Ihr müsst hier hin. Let's go. Ihr macht das weiterhin super. Sehr schön. Okay. Ja, unsere Kavalerie wird natürlich komplett von uns weggefegt. Ihr schießt mal bitte nach da hinten. Wie stark diese Art der Ried sein kann, gell? Das ist echt krass. Vielleicht die Einheiten. Unsere Kavalerie flieht sogar. Vielleicht auch, weil ich sie in den Nahkampf gesetzt hab. So, ihr könnt gleich wieder schießen, denke ich. Aber die Schlacht scheint auf jeden Fall sehr gewonnen. Das ist, ah, das ist eine schlechte Position. Für euch hier. Unsere Artikel, ihr hört mal auf zu schießen, bitte. Das wird nämlich sonst nichts mehr. So, ich muss mich auch ein bisschen neu aufstellen. Ich hoffe, das geht halbwegs. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir wurden wieder gecharged hier auf der Seite. Aber noch keinen großen Verlust oder ähnliches. Kavalerie ist wieder da. Sehr schön. Jetzt. Das ist super. Die schießen. Ah, die haben sich hier auf den Boden gelegt. Die haben sich hier auf den Boden gelegt, die Einheit. Das ist natürlich extrem schwer zu erwischen. Aber die kriegen wir richtig gut. So, die fliegen schon. Ich close mal hier so ein bisschen. Ah, never mind. Da kommen die schon wieder. Könnt ihr vielleicht einmal hier auf die schießen? Alle vier Batterien. Ah, nicht so gut gehittet. Nee, nicht auf die. Auf die hier. Kommt schon. Nee, die erwische ich irgendwie gar nicht. Schade, okay. Auf hinzuschießen. Die fliehen. Die fliehen hier auch. Ihr verfolgt. Ihr verfolgt hier. Ihr verfolgt dort. Und ihr beide hierhin. Und jetzt machen wir schnell. Weil das dürfte es jetzt wirklich gewesen sein. Ihr müsst gar nicht so weit nach vorne. Wobei, die haben nicht so viel Reichweite. Die haben nicht diese 90 Reichweite. Und das war's. End battle. Easy win. Diesmal die Artillerie wirklich gut gemacht. Ich finde es auch besser, sie ein bisschen weiter nach vorne zu setzen. Die Artillerie so ein bisschen mittig und seitlich davon, die Armeen. Weil da hat die Artillerie so einen riesen Effekt. Klar, ich muss dann halt echt aufpassen, dass die Artillerie nicht gechargt wird von den Gegnern. Aber nur 123 Mann verloren. Wenn wir mal kurz auf die Kills gucken. 3 Pound dann, eine 150 Feinde getötet. Und jetzt, ähm, wir dismanteln mal die Buildings. Weil das ist ja nicht europäisch mehr. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder wichtig. Ich weiß es wirklich nicht. So, wir können die Infrastruktur nochmal upgraden. Hier in Stuttgart. Ähm, und dann kurz mal Armee. Mal gucken. Ein paar können sich bestimmt mal erneuern. Und was bist du? Ah, du bist eine Miliz. Okay. Damit haben wir auch Moldavien einfach erobert. Weißt du, das war in Ungarisch, South, Slavik. In 10 Runden gibt es hier die neue Stadt. Wahrscheinlich dich hier, Tengina. Tengina, ja. Dann wieder nächste Runde. Wie lange dauert das hier denn noch? Noch zwei Runden. Dann müssen sie uns angreifen. Ja, und sie greifen uns an. Und diese Armee kann nicht helfen. 3.500 Mann gegen 2.500. Bis auf eine Einheit hier mit 96 Mann sind wir voll dabei. Let's go. Die attackieren natürlich. Oh mein Gott. Und wir gelten wirklich als Defender. Wir können hier Trenches bauen. Weil wir als Verteidiger gelten. Oder hier gegen Kavallerie. Oh mein Gott. Ich würde das natürlich so gerne machen. Aber unsere Startposition ist sehr bescheiden. Weil auch so, wir ziehen uns hier auf diesen Berg zurück. Das könnte man natürlich machen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte aktiv sein in dem Kampf. Und bei der Artillerie gibt es das hier. Das, was wir bei den Mörsern auch gesehen haben. Ach, wie cool. Ah, hat die Kavallerie was? Nee. Okay, ist sehr, sehr interesting. Und momentan marschieren die Polen. Das letzte Aufgebot der Polen, wenn man ehrlich ist. Äh, marschieren sie Richtung Stadt. Was haben sie denn hier? Für eine Einheit. Das sind die Lanzenkavallerie. Und das sind die Kurassiere. Okay. Es ist nicht so einfach, mit der Artillerie was zu erreichen, weil die so viele Wälder sind. Ah, müssen wir mal gucken. Okay, wir stellen unsere eine Armee so ein bisschen in den Wald auf. Weil da kommen so viele. Aber das Problem ist, die haben viele Pykemen. Eigentlich will ich nicht im Wald kämpfen gegen Pykemen. Ihr wisst, was ich meine. Äh, wir stellen die noch ein bisschen klüger auf. Tatsächlich gleich. Noch ein bisschen langsamer. Die zweite, wie heißt es nochmal, Kompanie geht hier mehr so nach rechts. Aber nicht ganz so sehr. Die Artillerie soll hier eigentlich so ein bisschen überblicken. Das kann sie vielleicht auch ein bisschen. Aber ich schicke euch mal ein bisschen los. Hier ein bisschen schneller. Kavalleries auf der rechten Seite. Weil da haben wir feindliche Kurassiere. Die können wir nicht chargen. Ja, die werden wir auch chargen. Let's go. Let's go, let's go. Auf geht's, auf geht's. Aber bitte gegen die Kurassiere. Bitte die Kurassiere chargen. Und nicht diese eine Einheit, die da kommt. Die Scarrison Regiment. Komm schon, komm schon. Schöner Charge. Und das ist sehr ärgerlich. Die Kogs wieder einmal schießen. Boah, wie sie erwischt haben. So, wie zieht es hier auf der Flanke aus? Schwierig, Lanzenreiter. Wie ist es denn hier? Ich muss mal, ich muss die anders, ich muss die ganz anders stellen irgendwie. Ihr geht mal so ein bisschen nach hinten. Hier wird schon gefeuert auf der Seite. Und wir schicken unsere Kavallerie mal zurück. Unsere Artillerie braucht noch ein ganzes Stückchen. Warte, lass mal so aufstellen. Das wäre ich ganz gut. Boah, ich habe mich so aufgestellt. Die geht nur ein Stück zurück. Die müssen alle ein bisschen zurück. Sonst gucken die nämlich alle den Berg runter. Und das will ich nicht. Unsere Kavallerie flieht komplett. Ärgerlich. Die sollten wir aber weg machen. Schön, schöne, sehr schöne Hits. Die sind ein bisschen zu flach aufgestellt. Die will ich aber gerade noch nicht bewegen. Außer, dass die sich vielleicht ein bisschen drehen. Okay, das ist in Ordnung. Hier wird auch schon geschossen. Nice, okay. Kavallerie brauchen wir noch ein bisschen nice. Kavallerie ist wieder da. Artillerie braucht noch ein bisschen, meine ich natürlich. Die kommen mal wieder hier hin. Ich glaube, hier habe ich sie deutlich besser aufgestellt. So haben sie ein bisschen bessere Schusslinie. Hier ist halt ein bisschen ärgerlich alles. Die treffen nichts. Die schießen nur gegen den Berg. So soll es halt sein. Äh, eher Artillerie. Kavallerie stellt sich mal da hin. Oh, die rechte Seite wird komplett überrannt werden. Ich sehe es jetzt schon. Wir brauchen nie die zwei Einheiten. Die kommen halt zurück. Artillerie macht euch bereit zum Schießen. Lanzenreiter chargen. Willt chargen dagegen. Let's go. Ihr dreht euch komplett. Ihr müsst euch bitte komplett drehen. Ihr füllt auf ein bisschen. So, wir haben sie zumindest mal erstmal in die Flucht geschlagen. Artillerie. Feuer da bitte komplett rein. Feuer da einfach einmal komplett rein. Wir müssen das Center irgendwie halten. Okay, einige eigene Leute getroffen. Zurück, Kavallerie. Zurück. Schöne Hits. Nichtsdestotrotz. Ihr versucht hier weiter das Feuer oben zu halten. Schöne Hits. Aber die werden hier gleich überrannt werden. Die werden hier leider gleich überrannt werden. Shit. Okay, die fliehen zum Glück. Schöne Salven jetzt von der Seite. Die sind jetzt sehr gut aufgestellt. Die changen schon. Ja, ja, ja. Okay, hier habe ich die Kavallerie in der Heightech gesammelt wieder. Die werden hier von den Pikemen gleich gecharged. Ärgerlich. Kann man aber nichts machen. Die wurden hier jetzt auch gecharged. Verstärkung ist aber unterwegs. Ah, das wird ein harter, harter Kampf gerade. Die Artillerie kann schon die Canister-Shot benutzen eigentlich. Fuck, die eine Leine fliegt sogar. Das ist natürlich sehr schlecht. Ihr Canister-Shot hierhin, ihr dahin, ihr dahin. Ihr schießt hier auch mittig, bitte. Das sind hier so viele Infanteristen. Wenn wir da Canister-Shot reinbekommen, richtig schön. Chargen, chargen einfach rein. Chargen einfach rein, Kavallerie. Ihr müsst das irgendwie überleben. Schade, dass da eine Leine fliegt schon geflohen ist. Die haben hier aber auch super Shots, die hier. Ihr versucht mal ein bisschen zu unterstützen hier. Das ist natürlich nicht so geil. Ihr müsst euch eigentlich auch drehen. Hier kommt langsam, die Verstärkung kommt schon so langsam. Die braucht aber noch ein bisschen. Nice, die fliehen hier schon. Hier schießt man hier rechts rein. Unsere Kavallerie hält sich noch wacker. 34 Mann. Die sind leider geflohen, aber die feindlichen Pikemen auch. Was ein Hit! Alle Artillerie schießt hier bitte drauf. Ihr auf die rechte Seite. Gut, unsere Kavallerie ist geflohen, wie erwartet. Ihr haltet aber Stand. Super. Sehr schön, sehr schön. Die sind jetzt hier auch geflohen. Neu aufstellen unbedingt. Die wurden jetzt hier gecharged von der Seite. Müsst ihr jetzt halt im Nahkampf kämpfen, was will ich sagen. Wir haben hier doch eine zweite Einheit. Ja, haben wir auch. Da ist leider diese Militia, die so nervt. Versucht euch mal hier so zurückzuziehen, dass ihr auf sie feuern könnt. Die feuern weiter richtig schön. Hier hoch. Sehr gut. Artillerie, bitte feuern. Die schießen hier diese Leine von Fee leider ein bisschen kaputt. Das sollten die schaffen. Schöne Hits. Sehr schöne Hits. Noch drei Einheiten. Ah, das ist schlecht. Die schaffen es nicht mehr, sich aufzustellen rechtzeitig. Ihr müsst einfach fliehen ein bisschen gegen die Pikemen. Einfach rennen. Renn einfach weit nach hinten. Auf geht's. Sonst feuern die weiter. Die haben schon 80 Mann verloren hier drüben. Artillerie. Ich mach mal Fire at Will tatsächlich. So, hier kommt schon Verstärkung. Die soll aber bitte nicht einmal komplett hier durchrennen. Also schon irgendwie. Ihr geht dorthin. Euch brauche ich halt hier als Unterstützung. Ihr flieht mal hier hin. Ich hoffe, die schaffen das mit dem Wegrennen. Let's go, let's go. Die sind geflohen. Perfekt. Ihr stellt euch wieder richtig auf. Sehr gut, sehr gut. Die brauchen leider ewig. Das gefällt mir nicht. Könnt ihr sie... Ja, jetzt langsam. Jetzt langsam. Euch stelle ich auch neu auf. Let's go. Bisschen kompakter. Los geht's. Diese Einheit gefällt mir hier gar nicht. Aber die können auch nicht der Art der Riese wirklich abschießen. Ah, das ist natürlich Friendly Fire vorprogrammiert gerade. Sie haben ein paar gechargt bekommen. Schade. Aber wobei, vielleicht können wir doch entkommen. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Ihr stellt euch hier auf. Let's go. Sehr schön. Die haben sich neu positioniert. Die werden hier gleich fliehen. Die fliehen weiterhin. Ganz, ganz unübersichtlich. Man sieht einfach nichts außer diese Rauchschwaden aufsteigen. Sonst sieht man hier rein gar nichts. Das haben wir. Die Flanke sieht auch gut aus. Haben alle, fast die Hälfte ihrer Soldaten verloren. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Die Artillerie ist eigentlich richtig schön positioniert. Das macht mir ein bisschen Angst, tatsächlich. Was Friendly Fire betrifft. Fliehen die schon? Gleich. Dann schicken wir die bald weg. Die können jetzt richtig schön auf die Pikemen feuern. Ihr unterstützt das Ganze. Ja, sehr schön. So, bitte. Ich verfolge die sogar. Beide. Let's go. Nice. Okay, die fliehen. Dann schwenken wir dich hier um. Sehr gut. Wie viele Einheiten sind es hier noch? Diese Militia-Einheit. 173 Mann sogar noch. Ich denke auch, dass viele Kugeln an den Bäumen hängen bleiben. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Du bist weiterhin hier. Die Artillerie schießt einfach weiter drauf. Gibt dir Bestes. So, kommen Einheiten irgendwie zurück. Die verfolgen wir. Du unterstützt tatsächlich mal hier drüben. Let's go. Du kannst hier mal als Sicherheitsfaktor hinten bleiben. Ja, die erwischen wir halt ganz schlecht. Wir müssen hier wirklich nah ran. Äh, du bist auch hier hin. Let's go. Ich würde sagen, diese Einheit hier chargen wir sogar. Bereit machen zum Chargen mit den Bayonetten. Wir chargen einmal durch den Wald. Oh, Mann. Aber das sieht schon richtig gut aus. Der Charge. Gegen diese Milizeneinheiten. Cohesion is good. Charging. Sie haben auch keine großen Volley nochmal durchbekommen. 162 Mann. Die zweite Einheit chargt hier hinten rein nochmal. Und sie fliehen schon. Sehr schön. Das Gleiche machen wir auch hier drüben. Jetzt wird gecharged. 76 Mann nur noch die Einheit. Die geht zurück. Die Einheit zieht sich zurück. Das sind schon echt viele Einheiten. Hier rückt ein bisschen vor. Ja, ich glaube, diese Einheit kommt nicht mehr wieder. Ihr beide. Macht mal den hier. Artillerie. Kann die hier noch ein bisschen was bewirken, bitte? Nice. Der Charge war auf jeden Fall erfolgreich. Die fliehen hier einmal komplett. Die kommen auch nicht mehr wieder. Nee, die kommen auch nicht mehr wieder. Sehr schön. Alle Einheiten hier drüben. Drehen sich einmal. Oh, was ein geiler Hit. Damit werden die Einheiten hier auch fliehen. Definitiv. Die fliehen hier sogar auch. Und die letzte Einheit, die Janissaren, charge ich jetzt. Alle Mann. In den Nahkampf nochmal. Wegen dieser eine Janissaren-Einheit. Alter, wie viel Munition wir auch verbraucht haben. Ja, die werden nochmal eine gute Salve. Aber ich meine, das sind doch nur noch 59 Mann. Fliehen die schon an. Nee, die rennen einfach. Aber der Charge wird durchkommen. Sie werden nicht entkommen können. Und dann haben wir auch die letzte polnische... Das letzte polnische Aufgebot haben wir damit dann besiegt. Die Artillerie hört mal auf zu schießen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Friendly Fire hier. Ist noch irgendeiner halt wiedergekommen? Nee, ne? Nee, jetzt dürfte es eigentlich gewesen sein. Aber wir haben schon einige Verluste einstecken müssen. Ihr seht es auch. Vier Einheiten sind komplett geflohen. Wer lebt denn noch? Lebt noch jemand? Eigentlich nicht. Eigentlich sollten wir die Schlacht gewonnen haben. Hier oben. Hier oben ist die Einheit wiedergekommen. Da machen wir uns aber mal schnell. Die wird hier einfach von uns gecharged. Ist ja kein Problem. Und wenn wir die gecharged bekommen, wird diese Einheit auch fliehen. Und damit dürfte die Schlacht zu Ende sein. Ja, Endbattle. Heroischer Sieg. Ich meine, wir haben fast... Wir haben eigentlich ein Drittel der Mannschaft gewonnen. Fast die Hälfte unserer Männer haben wir verloren. Mit 918 Lost. Kills ist aber krass. Die Feeder Atelier hat 330 Mann erledigt. 200 hier. Line Infantry sowieso. Auch Level 4 teilweise jetzt schon. Richtig gut. Und damit haben wir Minz geobert. Ah, nee, haben wir nicht. Wir haben Minz gar nicht erobert. Wir haben nur quasi deren Angriff abgewehrt. Ah, soll ich das Auto resorven? Bitte. Ja, okay. Kein Problem. War schon verteidigt. Wir haben noch einen Gentleman. Nehmen wir mit. Zack. Äh, Research. Bitte. Wir haben hier so viele Leute, die researchen. Krakow haben wir auch noch. Ähm. 33 Schritten ist ein bisschen. Translated Dictionary. Promotes German Culture. Ach lol. Das habe ich ja komplett übersehen hier. Aber wahrscheinlich, weil wir jetzt erst die Schools gebaut haben. So. Wir können den Hafen hier nochmal upgraden. Mehr, äh, Trade Routes. Pleasure Gardens. Gerne doch. Wobei, bevor wir das machen. Ich glaube, wir haben wie überall Infrastruktur jetzt schon, ne? Hier wird überall die Infrastruktur schon gebaut. Prag können wir als nächstes machen. Let's go. Äh, ja. Wie sieht es denn hier aus? Eine Runde. Ja, wir machen ja Auto Resolve. Das wird jetzt wirklich gar kein Problem mehr sein. Und damit haben wir Minz geobert. Lol, die Rebellen sind weg. Minz geobert. Nation destroyed Polen. Ist weg. Damit haben wir es geschafft. Äh, hier fehlen jetzt natürlich wieder Einheiten. Leider. Äh, hier sind noch, ja, ein paar Rebellen. Wir warten nochmal eine Runde. Wir können jetzt in Moldawien auch wieder, ich sag mal, unsere Gebäude bauen. Soll ich jetzt einfach mal? Armee. Gucken wir mal. Zack. Das kostet nämlich auch so viel Geld. Aber wir müssen die Armee auf jeden Fall verneuern. Wir brauchen noch zwei neue Line Infantry. Machen wir eine nächste Runde. Und wir gehen mal weiter. Wie viel Deutsch haben wir denn schon in Sakrath? Dann wäre die Religion School im längsten 24% schon. In zwei Runden gibt es sogar die neue Stadt hier. Als nächstes machen wir dann noch die Infrastruktur in Wien. Pressburg ist echt, die Provinz ist echt nicht so krass. Ähm, dann wollten wir nochmal Minsk. Einmal Armee. Die Leute hier brauchen wieder Plus. Und wir machen in Berlin Brandenburg. Rekrutieren wir jetzt nämlich Armee haben wir hier schon. Line Infantry. Eine Einheit. Die nächsten kommen bald. Und ich würde mal hier gucken. Weil die sind ja eigentlich alle relativ positiv gestimmt. Gerade auch hier. Äh, das hier müssen wir auch auf jeden Fall nochmal machen. Dann nochmal nächste Runde. Dann müssen wir gleich die Polish Rebels erledigen können. Wir haben Joint Stock Companies. Das war, glaube ich, nicht hier, sondern das hier. Ja, Joint Stock Companies. Town Wharf pro Runde. Fur Exchange gibt es jetzt. Äh, wie sieht es denn hier aus? Zum Beispiel. Köseln 50 Runden. Das dauert alles noch ein bisschen sehr lange. Wir sind hier an 17, 21. Ich weiß gar nicht, wie lang das Game geht. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, Berlin Brandenburg macht fast 10.000 bald. Äh, wo haben wir hier? Line Infantry. Ich will übrigens bald eine dritte Armee bauen, wenn wir genug, ähm, Ressourcen haben. Und dann diese speziellen Einheiten holen, die ja wirklich auch stärker sind. Die so ein bisschen Geschichte auch haben. Das würde mich richtig freuen. Das hat da noch richtig Charakter dann. So, die Line Infantry geht aber weiter erstmal Richtung Osten. Die schließt sich nämlich hier an. Trade Gained. Neue Stadt in Kroatien. So, ihr könnt natürlich wieder eine Religious School bauen, um das hier weiter zu pushen. Aber ich glaube, eine reicht eigentlich, weil wir auch das alles upgraden werden. Die sind doch alle happy. School brauchen wir eigentlich nicht. Ein Magistrat für Repression wäre möglich. Aber ich glaube, wir holen hier so ein Crafts Workshop. Wir brauchen einfach mehr Geld. In West Prussia haben wir eine neue Stadt. Das ist jetzt danzig, danzig. Ähm, und da... Trading Port einfach wieder, oder? Einfach wieder Trading Port. Können wir mittlerweile eigentlich neue... Trade Roots? Können wir auf jeden Fall ein paar mehr machen. Dich zum Beispiel. Haben die nicht angenommen gerade? Ah, ne, die haben nicht angenommen. Tatsächlich. Die haben angenommen. Sonst sind die halt alle sehr unfriendly. Auch Spain. Ah, die haben aber angenommen. Oder? Also, es hat sich jetzt angehört, als hätten die angenommen, um ehrlich zu sein. Deswegen, das sollte eigentlich passen. Ähm, die Polish Rebels brauchen halt noch... Ich muss hier noch die Truppen einmal upgraden. Ah, Classical University. Haben wir die denn über schon? Überall hier. Ich glaube nämlich... Ich bin mir sehr unsicher. Doch, ich glaube, die haben wir hier sogar in Weizuteilen. Es gibt natürlich nochmal mehr Research. Nochmal nächste Runde. Ich genieße gerade mega diese Friedenszeit. Leute, wenn wir die Admiralität in Wien upgraden zu einem Naval Board, kriegen wir Marines. Und es sind keine schlechten Einheiten. Experienced Melee Fighters. Also, macht doch Sinn. Ey, voll interessant einfach. Jetzt können wir uns auch mal überlegen, wenn wir irgendwie... Mein Ziel ist ja auch, mal nach Amerika oder Indien zu kommen. Wenn wir das mal schaffen. Das wäre natürlich mega cool. Wir bräuchten hier mal ein Recruitment. Eins, zwei, drei, vier. Armee. Die vier gehen nämlich nach Minsk, bitte. Dann haben wir das auch. Ja, hier können wir theoretisch noch alles upgraden. Infraschut ist hier sogar schon richtig gut. Wow, okay. Polen hat auf jeden Fall gut Geld, I guess. Ja, wirklich gut Geld. Ja, dann upgraden wir mal Sakrat die Infrastruktur. Dann gucken wir, dass wir darauf jetzt ein bisschen gehen. Construction können wir hier verbessern in Prag. Immer wieder gerne. Die brauchen jetzt noch eine Runde, ne? Ja. Wir können ja auch mal ganz gucken. Primary Culture ist natürlich German, klar. Wir haben... Wie viele Einwohner wir haben? Wir haben... 100... 33.524.792 Einwohner. Das ist natürlich ziemlich geil. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich gut. Ich will die ganze Zeit gucken... Das Ding ist, diese Ironfields zu upgraden... Macht halt Minus Happiness... Für Lower Classes... Und gibt 1000 Wealth... Und es gibt halt 125 Wealth, nur mehr pro Runde. Das ist halt echt nicht so das... Mega-Krasseste. Äh, wir müssen das nicht mal upgraden. Lord, was ist das denn? Das ist ja das Magistrat. Das haben wir schon gesehen. Das ist ja ganz cool. Wir können es umbauen in Warehouse. Es gibt Industrialisierung-Bonus. 1600 Wealth. Oh mein Gott. Trade Improved Research. Dann Military. Leute, Garrison Provincial Line Infantry kriegen wir dann. Constrips Infantry Tactics. Gibt Minus Upkeep. Wo ist denn das? Das haben wir gar nicht. Das haben wir irgendwie wirklich gar nicht. Okay. Und dann Military Hospital. Population Growth. 12% Recovery Chance vom Battle. Das können wir dann researchen. Naval Hospital. Können wir dann auch machen. Ist ja mega interessant. Das hätte ich ja nie gesehen. 8% Recovery Battle. Ich sag ehrlich, momentan brauchen wir Geld. Wir machen erstmal Warehouse. Aber dieses Magistrat so zu upgraden in die anderen Sachen. Kann ja richtig, richtig gut sein. So, wir machen mal ganz kurz den hier. Oh, ich hoffe, wir schaffen das. Nein. Wir haben Defeats kassiert. Oh mein Gott. Ach Leute. Wir haben diese wieder ein bisschen dezimiert. Und dann gehen wir jetzt mit denen hier hin. Machen kurz. Sagen kurz mit denen mal Hallo. Hallöchen. Art Resolve. Jetzt war es eine Victory. Sehr schön. Und dann geht die wieder zurück. Das war auch easy. Und dann nochmal nächste Runde. Oh ja. Die Artillerie ist jetzt deutlich stärker. Wir haben Explosive Shells. Das macht Upkeep-Kost. Rootman-Kost schade. Explosive Shells haben wir jetzt aber für Hau, Bitzen und Mörser. Und Artillerie Repair-Kost. Ja gut, von mir aus. Und wir haben Translated Dictionary. Wealth of Nations. Das ist auch ein Buch, glaube ich, gewesen damals. Trade Root Income ist natürlich mega geil. Minus 5 Political Unrest ist geil. Ich würde halt eigentlich gerne weiter das hier researchen. Ah, das können wir nicht. Translated Dictionary haben wir geresearched. Wealth of Nations ist ja auch viel zu... Viel zu, viel zu lange. Ah, das ist natürlich geil, weil das promotes German Culture jetzt überall hoffentlich. Das geht jetzt überall ein bisschen runter. Ich glaube, obwohl wir hier gar keine Religious School haben. Das ist natürlich mega gut für uns. Das ist jetzt gerade mega gut. Ja, research. Krakau. 45 Runden. Das sehe ich gar nicht. Advanced Sea Chartillery. Ah, okay. Wir kriegen keine neuen Einheiten, aber okay. Ja, 38 Schritten ist halt viel zu lange, ne? Ah, machen wir das hier. Spinning Mule. Das sehe ich sehr gut. Das sehe ich sehr, sehr gut. Da haben wir noch 6000. Haben wir hier mal den Commercial Port in Zagreb. Ist ja gar kein Problem. Hungary. Auch in das Factory. Ähm. Du kannst hier raus aus der Stadt. Zack. Du kommst dazu. Und dafür haben wir hier dich. Exenkt vom Texas können wir noch eigentlich noch nicht so ganz machen. Hier haben wir es. Hier haben wir es nicht. Ne, das war noch nicht vorhin. Ja, hier können wir es reinmachen. Dass wir hier die Texas bekommen. Hier überall eigentlich. Hier ist jetzt noch minus eins. Können wir hier irgendwo... Können wir hier mit Leads noch rekrutieren? Ne. 8-Inch-Morters. Ich frag mich echt... Ich würde die gern mal benutzen. Aber die sahen halt auch echt nicht gut aus bei der KI. Muss man einfach mal so zugestehen. So, reicht eine Einheit? Ja, eine Einheit reicht. Dann lassen wir das so. Schicken wir nicht nach Vilnius. Dann nochmal nächste Runde. Okay, die Armee ist wieder voll und zusammen. Und die geht jetzt Richtung Westen. Richtung Stuttgart. Württemberg. Hier ist die Infrastruktur eigentlich schon ziemlich gut. Also, dass die so lange brauchen. Wir haben hier teilweise gut gelevelte Einheiten. Wir haben hier drei hier. Wir haben auch die Arterdreh gut gelevelt. Aber wir haben 11.000 pro Runde. 10.000. Wow. 12.000 durch Trade. Das ist halt so OP. Also, was wir... Oh, Popularity ist ja nicht so gut. Na gut. Was wir hier an Trade haben... Oh mein Gott. Mugel Empire, Hannover. Das ist richtig gut. Also, wirklich richtig, richtig gut. Ähm. Jetzt gucken wir gerade noch. Das haben wir ja alles. Military... Äh, nee. Warehouse haben wir genommen. Genau. Wir upgraden hier einfach alles, was geht. Und dann gehen wir einfach noch ein paar Runden weiter. Ich hoffe, das Spiel endet nicht so ein paar Runden. Das macht mir gerade ein bisschen lang. Wir haben hier viel zu viele Spione. Oh, wir könnten natürlich auch erst gegen die Osmanen vorgehen. Aber eigentlich, ich will Deutschland vereinen. Das ist das Ziel der Kampagne. Äh, also nicht ganz der Kampagne. Ich würde schon gerne viel erobern. Aber... Ich meine, die können wir ja noch hier lassen, die Spione. Das ist ja okay, damit wir wissen, falls die Osmanen irgendwas planen. So. Aber sonst, äh, behalten wir uns das vor. Und hier brauchen wir auch, äh, schon längst eigentlich. Äh, Milizen. Hier brauchen wir schon längst Mil... Nee, nicht dich. Das ist keine Miliz. Drei Milizen, Armee, 1, 2, 3. Du gehst dahin. Fire and Advance haben wir geresearched. Ähm, Crafts Workshop. Workers and Striking Transylvanien. Was ist denn hier los? Machen wir eineinheit mehr. Äh, was ich im Research gucken wollte. Fire and Advance. Das gibt nochmal. Marksmanship, Fire and Advance Drill. Genau, das will ich auf jeden Fall wissen, was das macht. Und Training für Infantry Units. Auch richtig gut. Recruitment, sonst alles, äh, wie wir es wissen. Research. 13 Runden, 3 Runden, 6 Runden, 10 Runden. Das ist alles voll in Ordnung. Prägens, Leopold von Anhalt-Dessau. Ihr seht sie auch ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind das 9? 9 freaking Sterne. Der Typ ist ja so geil. Der Typ ist so geil. Und unsere andere Armee, unsere andere, unsere stärkere Armee, also so, wenn man will. Der hat hier den von Schwerin. Der hat 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 6, 7 Sterne. Also auch sehr stark. Und unser anderer General, der hier noch drin steht. Unser bester. Donau-Schlobitten. 61 Jahre ist ja eigentlich unser bester General. Hat eben auch 9 Sterne. Das ist, wir haben mittlerweile so gute Generäle. Das ist mega nice. Wir können jetzt übrigens bauen, das Great Arsenal. Great Arsenal. Und damit kriegen wir, so geile Gun. Wir haben hier die 6 Pounder. Wir kriegen dann 12 Pounder Haubitzen. Ah. Okay. Sieht nicht so krass aus. Habe ich mir gerade mehr gedacht. Aber die 12 Pounder Gun. Krasse Range. Mehr Accuracy. Mehr Reloading Skill. Oh mein Gott. 24 Pounder Gun. Ah, okay. Hat einfach nur mehr Wumms. Und das sind unsere 6 Pounder. Sehr, sehr spannend. Und endlich mal Industrie. Puddling Furnace haben wir fertig. Advanced Irrigation. Natürlich krass. Wir machen mal kurz. Gucken mal kurz, was es gemacht hat. Das war der hier. Gibt uns Recruitment Cost for Artillery. Ist natürlich mega geil. Geld durch Minen, durch Metalworking ist krass. Und Keramik Factory können wir jetzt bauen. Wie viel gibst du jetzt? 875. Okay. Sehr, sehr schön. Sonst. Provincial Religious School in Polen können wir wieder verbessern. Dass es einfach ein bisschen deutscher wird hier. Es gibt nämlich weniger Unrest an alles. Sind schon hier bei 5%. So. Separations of Power haben wir fertig. Wir haben jetzt so viel Geld. Immer noch 10.000. Wir haben 12.000 übrig. Sehr schön. Ich gönne mir einfach gerade die Zeit. Ja, das habe ich natürlich komplett vergessen. Vielleicht ist es noch kontrollieren wollte. Aber 24 Runden müssen wir machen. Separation of Powers. Oh, Happiness. Kritisch. Dafür kriegen wir hier dieses. Maximum Repression. für Reform ein bisschen zu hoch geht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir brauchen hier einfach mehr Milizen dann. Wie viel kosten die Brunde? 100. Das ist halt einfach bitter. 400 Brunde weniger. Hier auch noch. 3 Einheiten vielleicht. 3 Milizen. Holen wir uns mal hier. Das ist halt einfach ärgerlich. Ab geht's hier rüber. Aber was wollen wir machen? Wir wollen halt trotzdem unser Land noch upgraden. Alter, das sind New Towns. Moldawien. Sehr schön. Haben wir hier schon die Small Religious School? Ich glaube noch nicht. Dann bauen wir die erstmal hin. Dann haben wir einen Litauen. Hier gleiches Spiel. Warum wir trotzdem 7,5% German haben? Was ja umgeben, das ist Warehouse hier fertig. Können wir damit noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Gibt uns das gut Geld? Ihr habt ja immer noch 10.000 pro Runde. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Seed Planting Drill haben wir. Das nächste wäre Selective Breeding. Ich glaube, das dauert aber 50 Jahre. Wo sind wir hier? 30 Runden. Oh Gott. Was macht denn das? Construction kostet einfach runter. Okay. Ja, wir brauchen dieses Klaufenmel, damit wir hier weiter upgraden können. Oh ja. Ah, und wir haben dieses Military Hospital. Leute, wir können jetzt einfach alles upgraden hiervon. Mega. Weil das gibt hier dieses Recovery Chance of Casualties. Erst 8% und dann 12%. Und das ist ja mega gut. Äh, mega gut. Die Recruitment Cost können wir alles noch upgraden. Und dann, das mache ich besser als diese 22 Runden hierfür. Dann mache ich dieses 14 Runden. Recruitment Cost runter. Aber ich mache da lieber Workers Riot. Ja. Die haben sich hier ein bisschen am eskalieren. Dann, bitte nochmal mehr Melizen einfach hier rein. Und das Weaver's Cottage. Oh, das muss ich ja... Mal längst upgraden. Äh, wo bist du denn kaputt? Äh, hier. Workers Riot. Wo bist du? Ach, hier direkt daneben. Ich bin ja komplett blind. Recruitment Report. Das sieht ja anders aus. Sieht ihr das? Na gut. General Regain. Reconstruction haben wir auch. Wieder richtig gut. Und das haben wir alles schon gesehen. Wir haben eine neue Stadt in Polen. Und wir haben hier schon die Religious School. Das heißt, hier geht's um... Hm. Machen wir jetzt Magistrat vielleicht sogar. Damit die mehr Repression haben. Aber ich mache jetzt mal Crafts. Ich glaube, ich mache lieber Crafts Workshop. Einfach, wir brauchen gerade das Geld. Wir brauchen das Geld. Und Spinning Mule haben wir. Das wollten wir ja schon längst upgraden. Das ist nämlich richtig gut. Spinning Mule, das war hier links. Genau. Gibt Wealth. Und jetzt können wir da dieses neue Building machen. Und das würde uns helfen, nochmal viel mehr... Nice Religious School können wir hier upgraden. Äh, viel mehr... Ähm... Researchers zu... Ja, unloggen. Um ehrlich zu sein. Darum geht's eigentlich. Dafür müssen wir einmal dich hier upgraden. Zack. Und Augsburg ist da. Sehr cool. Da haben wir natürlich wieder Crafts Workshop. Oder Magistrat. Ich glaube, ich mache hier sogar ein Magistrat. Let's go. Und wir haben Advanced... Hö? Advanced Siege Artillery. Next ist auch Advanced Siege Artillery. Äh... Wismar. Tatsächlich. Gibt nochmal Command 1 Besieging. Aber das andere in 22 Stunden. Karkass Shot für Howard. Sag ja, mach einfach das hier weiter erstmal. Und wir haben das Socket Bajonett erforscht. Research. Ah, du machst dann... Standardizeit Army. Recruitment Cost geht leider hoch. Aber... Gut, dafür kriegen wir halt das. Was bringt eine Socket Bajonett? Upkeep. Recruitment Cost. Oh Gott, oh Gott. Charge Bonus gibt's aber. Wir müssen wohl öfter chargen ab jetzt. Und wir haben sogar das Military Hospital. Und das ist wirklich... Wirklich perfekt. Wir machen nur noch 3000 pro Runde, Leute. Das war's nämlich auch für diese Folge. Wir gehen noch kurz in den Research rein. Äh... Einmal... Wo war das? Hier drüben. Ja, hier drüben. In 16 Runden haben wir sogar das Minus 12. Denn... Warum war das so gut, dass wir das fertig haben? Es geht natürlich... Ihr habt's die ganze Zeit schon so ein bisschen angeteasert gesehen. In... Den Krieg mit Frankreich in der nächsten Folge. Wir bauen hier... Haben hier drei Vollarmee noch gebaut. Wir haben... Unsere in Anfangszeit schlechteste Armee mit unserem besten General. Unter anderem. Mit Leopold von Arnold-Dessau. Hier Musketiere, 3 Pound Guns. Wir kennen's. Immer noch super starke Armee. Also nicht falsch verstehen, bitte. Und dann haben wir... Ich zieh noch kurz die Einheiten zusammen. Wir haben nämlich, glaube ich... Eine Einheit zu viel. Aber das ist nicht so schlimm. Also das sollte nicht so schlimm sein. Die zwei Sachsen noch. Okay, ja. Jetzt ist es schon mit zu viel Einheiten... Rekrutiert. Oh man, ich bin so dumm. Auf jeden Fall haben wir dann eine zweite Armee mit... Kurt Christoph von Schwerin. Der auch ein super starker General ist. Hat die natürlich... Line of infantry. Hat die 6 Pound Guns. Hat die Lanzenreiter. Und dann haben wir jetzt die beste Armee jeweils. Ich werde jetzt die beim nächsten Mal nochmal genau durchgehen. Nochmal kurz zeigen, was die alles können. Wir haben die neue 12 Pounder Gun. Die absolute P's. Und jetzt haben wir richtig coole, unique Einheiten. Wie es ja auch war. Also auch beim Ersten Weltkrieg noch. Da kamen halt die Soldaten aus den verschiedenen Ländern und Ortschaften. Und die haben dann auch immer zusammengekämpft. Wir haben eine bayerische Brigade. Eine Dresdner Brigade. Ich zeige es euch mal. Wir haben sachsische Infanterie. Wir haben Bavarian Grenadiers of the Guard. Richtig gute Einheiten. Wir haben Swiss Grenadiers. Also Schweizer. Wir haben Superior Line of infantry noch dazu gemacht. Und die Provincial Cavalry. Wir haben jetzt keinen Platz mehr. Tatsächlich. Für diese Einheiten. Und deswegen... Ja, tut mir leid. Aber so ist es dann eben. Haben wir zwei Schweizer Grenadiers. Ist auch nicht schlimm. Aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Wir haben nächstes Mal in Frankreich einen Kragen gehen. Mit drei kompletten Armeen. Wir haben mit den Spionen schon ausge... Ja, ausgeguckt, wo vielleicht Schwachstellen sind. Zum Beispiel Brüssel. Ist ganz schwach verteidigt. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Das war eine Folge überlänglich. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.